Hallo, in diesem Video erklären wir, wie Sie Zugang zur AXI Camping Europa App erhalten. Nehmen Sie den Gutschein zur Hand, der Ihrem Campingführer beiliegt. Den Zugangscode auf diesen Gutschein benötigen Sie, um Ihren Zugang zu bestellen. Rufen Sie www.eurocampings.de slash appcode auf. Geben Sie Ihren Zugangscode ein und klicken Sie auf Versenden. Nach Eingabe Ihres Zugangscodes werden Sie automatisch zum AXI Webshop weitergeleitet. Hier sehen Sie das Paket, auf das Sie in der App Zugriff haben werden. Fahren Sie mit dem Wohnmobilhaus? Es ist auch möglich, Ihre Bestellung Wohnmobil-Stellplatzinformationen hinzuzufügen. Klicken Sie dazu auf den grünen Button in den Warenkorb. Melden Sie sich mit Ihrem bestehenden Mein-AXI-Account an oder erstellen Sie einen neuen Account. So legen Sie einen Mein-AXI-Account an. Bitte beachten Sie, dass das Passwort aus mindestens acht Zeichen bestehen muss. Die Mindestanzahl der Zeichen beträgt drei. Klicken Sie oben rechts auf den Einkaufskorb, um zur Kasse zu gehen. Wählen Sie eine Zahlungsmethode. Wählen Sie eine Zahlungsart. Bestätigen Sie Ihre Bestellung, indem Sie der Geschäftsbedingungen zustimmen. Klicken Sie dann auf Bestellung aufgeben und schließen Sie Ihre Bestellung ab. In wenigen Minuten erhalten Sie eine Bestätigungs-Mail, in der sich nochmals die Anleitung zum Heruntenladen der AXI Camping Europa App finden. Haben Sie Fragen, nehmen Sie Kontakt zu uns auf unter plus31 488 471 434 oder shop.axi.eu Sehen Sie sich auch unser Video dazu an, wie man die AXI Camping Europa App herunterlädt.